Ich will hier ein Vers zum Anfang aus dem Großlesen in der 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Ich will hier ein Vers zum Anfang aus dem Großlesen in der 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Ich will hier ein Vers zum Anfang aus dem Großlesen in der 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Ich will hier ein Vers zum Anfang aus dem Großlesen in der 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Ich will hier ein Vers zum Anfang aus dem Großlesen in der 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Ich will hier ein Vers zum Anfang aus dem Großlesen in der 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 4. Kapitel 1, Vers 4. Kapitel 1, Vers 4. Jesus Christus, wenn er den weich aufgemerkt hat, wird er uns erst bekommen, unsere Eltern, Adam und Eva, sie versündigten sich wie Gott und wurden dann von der Herrlichkeit Gottes geschluckt. Sie werden nicht mehr mit ihm in die Gemeinschaft. Sie können Gemeinschaft abnehmen mit dem Fuder, weil aus Gott dann raufkommen, du im Garten in Adam raufkommen, dann sagt die Schrift, dass ich ein bisschen verstärken will, er will nicht mit Gott in der Gemeinschaft sein. Du sollst wie dort, dass der Sinn verursacht die Tränung. Dort kann ich in Gesaia 59 sehr klar lesen, dass der Sinn ist die Verursachtung für die Tränung von Gott in dem Mensch. Dort kann ich als Kinder Gottes auch immer weichen, dass der Sinn immer tränen. Ärmer, krass in der und aus der wikirten war der Geburt. Wenn du mit immer glücklich anfängst in der Sinn zu leben, dann tränen dich von Gott. Weil Gott ein gerechter, helliger Gott ist, kann ich keine Gemeinschaft mit Sinn zu tun haben. Du wirst tränen uns dort. In der selben Zeit, wie der Weg auch blockiert. Der Weg nur Gott wird taubt. Du wir gleich mehr die Kommunikation. Wenn du wir zwischen Gott und den Menschen Wie weit du zwischen gekommen wird? Das wird der Sinn. Aber wie weit die ganze Geschichte durch den alten Bund wird irgendwie durch den Priester anstrahlen und dass die Priester werden bekommen erst mit den Priester im alten Testament im Tempel merkt sehr klar den höhen priesterlichen Döns was der Herr Jesus hat geführt. Wie ihr so wer die Stiftshütte kann das wird einmal so die Verhaft und dann wird eine so dicke Gede dünn und hängt diese dicke Gede anstrahlen Beschreibungen sagen dass diese Gede ungefähr 10 cm dick wird so dick so eine dicke Gede wird dünn Gott in den Menschen tragen Gott wohnt nur in der aller helligste nur wie der Bundeskir das sagt du wie Gott seine Gegend wird und dann schauen wir dem Deins von dem Priester die höhere Priester die dürfte bloß einmal im Jahr hängen diese Gede Gede Schrift sagt er dürfte zweimal ohne blöd einmal muss er mit blöd dann sagt er noch sogar er muss für seine eine Sünde opfern und dann kann er auch für das Volk ihres Sünden ein Abverbringen also eine Versöhnung schaffen dort wird den höhen Priester sinne abgo und dann wenn du hängige warst für hängige den und fähig kommen wir dann wird ein ganz Jahr wird du hängige gehen aber wir sollen ein denken der war wir zwar ob aber nicht so weit sagt du mit meine wir aus von dem nicht so weit wenn wir aus jesus christus um kreuz stu haben für meine in deine sind dann passiert ein sehr grotes ereignis mit das sind die bekommt aus heute ü trau und nicht vor dich dann sagt die schrift dort diese gediehen wo eine gart von den mensch trau und der reut vom boven nur und zwei nicht von und ne bo vom boven nur und reut diese gediehen zwei und wo es will uns sein dort will uns so sein dort seit dem der jesus dort ab vor vor gebraucht hat ab Golgatha haft jeder mensch den freien to gang to got nu es nicht mei ein mensch der vermehrler wenn die irgendwo so lehren aus dort hier dort menschen vermehrler sind zwischen die und got dort hat immer klar dass eine anbiblische lehr ist seitdem der herr jesus dort erlösungswirk vor gebraucht hat es heute einzelne vermehrler kein anderer jesus hat betont verdiene sind bloß jesus christus kann got sein beim himmlischen vora verdiene und familie wenn wir mit eine abbreche buße in gebrauchen hätten nur ankommend mit unserer sündens schuld und an vergebung beten dann nimmt der herr jesus uns die sünder auf und wird got sein beim vora wenn wir dann einmal waren storben dann ist der erlösungswirk also der blut von den sehn an uns angewendet worden und dort wird uns fremiert sein jesus wird got sein beim vora von dem wir leben in einer t ich habe immer klar wenn ich mich wählen kann in wohne t ich will gleich leben von der ganze von Schöpfung on but von del das geeft je sehr viele verschiedene zeitperioden vandaan fahrt die sinnflut oder vandaan ist abraham im bund mit abraham juk aus israel den tempel der gewiss der ist in kanaan wird und dann kommt die t wo jesus ab diese ehe kommt und dann hat die menschen auch die gelegenheit beahmt zu sein aber die können bloß beahmt sein wo er dann kriegt wir wenn er nicht raam wird dann haben wir eine person ab diese ihr wer nicht beahmt wird der wird nicht beahmt und dann jesus im himmel fuhr dann fuhr von war eine nie zeit periode und aus die jes gegoten wart ab diese ihr und ich sei immer so stirbt ich wurde immer in der t der gemeinde zu leben wo wir von der bin sein wir leben von der gläufe so ich die schrift stuh in der letzte t und dort jesus sind war da durft nicht sein lang dir nur allem nur was passiert in der welt und wo die schrift schrieben sind von knop fahr sind war kum aber wir leben von der wo der war der himmel so wie es aus nach kümel eu wenn jesus dort vor ich gebraucht hat jesus hat den weich frei gemerkt wir haben alle jüden griechen heden alle völkern aber ganze welt haben von die gelegen hat bloß durch jesus christus durch den einzelnen weich nicht vor zu kommen aber wenig menschen gingen den weich sehr wenig das weich wurde nicht immer auf blieben er wurde nicht immer auf blieben in ab zwar die bibel red von einer enge port dort lässt sich so verstehen dort brückt eine unstrengung durch die unstrengung ist dort der mensch einfach alles reut es auf der leid dort der mensch reut es alles beim krizt leid in sein leben du in der hund gott ist te leid dort fleisch dort ans fleisch fällt dort so schwor und du wein hast dort auch ne enge port gemeint wenn du mag wie alles offline aber da ist so weit up dort alle man den nem kommen kommen China kann von dem mit reich sein für mich es nicht China dort er leisungs wo es für alle menschen so in in der bibel ab war da hol und schrieben dort heu es für alle menschen gestorben dort ja von der eine sonderborde lieb mit das jenach nicht konfrontiert aber dort die lieb nur sein dort Gott bloß einige üb erwählt hat und bloß einige beraubt hat und bloß für die einige gestorben ist sie sagen ganz frei dass Jesus nicht für alle menschen gestorben er bloß für gewisse gestorben für die die erwählt sein und wenn wir in der bibel lesen dann sagt er für die ganze welt sind gestorben für alle menschen wenn du wirst dort erlösungs nicht annehmen und du wirst in der hall sein dann wirst du dort sein das wird für die auch wir wollen dort alle sein das für uns auch wir und ich muss hören wie das Verständnis von der kriege und wie das teushtun und mit dem Wut Gottes erklären kann das Erlösungswerk ist für alle Menschen die Menschen von anderen Menschen und nicht von Widersacher wenn die Erlösung ist für mich nicht das immer von Menschen die Menschen bei den Punkt kommen und sagen für mich ist keine Ruhe sonst lehre ich direkt vom Teufel wenn wir sind seien du oh dann sag der vielleicht du hast den hellen jes gelastet für den hellen jes gelastet und geftet keine Vergebung und dann wo du sein das für alle Menschen ist ich ich habe gott getrun seien wenn die dut sind meist immer sind das auch falsche anbillungen vom Widersacher ich will genau nicht sein wenn ein Mensch dem hellen jes gelastet hat dann wird der Mensch schaimul meia ein Verlangen nicht mal kriegen nur Gott zu kommen schaimul der Mensch ist aufgeschlotten Gott hat sich von dem getrant der Mensch wird schaimul meia eine Unung kriegen der wird schaimul meia eine Überführung kriegen vom hellen jes dort er sündlich ist das soll abmerken in Jesus und schaimul meia der wird schaimul meia ein Verlangen haben in Bibel zu lesen schaimul der wird schaimul im Verlangen haben nur die Versammlung zu kommen wo jene gott ist aufgeschlotten so die nicht so leicht dort anbilden dort die widersache uns dort anbilden und sagt oh chäimul du hast die Kraft gemerkt für die ist nicht sonst ein leeres wenn ich von dem einen Bibel text zu lesen kann am gete bestätigen eine besondere Begebenheit in der Bibel wo sich dort aufspielen wird gerade diesen Gedanken dort die wach ne boven frie ist in Markus Kapitel 2 ich will mal lesen von 1 12 dann wollen wir uns hier wichtige Gedanken rüttnehmen in Markus Kapitel 2 von 1 12 der Eberschrift sagt hier in der Plautische Bibel Jesus heult einen gelähmten Mond die Geschichte wie ich da mal kann da zeigt die Vers 1 so aus Jesus ein paar der Luther waren noch Kapernaum geheim hierden der Menschen dort eine Hüsche kommen wir dann geheimen so viel Taub dort sogar büten färde der nicht mehr rümm wir und he predigt das Wut dort geheimen auch feier Mahner Noam der einen gelähmten drüben und willst du so viele Menschen werden dort sie am nicht bet Jesus bringen können mögen sie grü ein lach drüben und läuten den gelähmten mit mit drahtstab fär Jesus rauf aus Jesus ihren glauben sag seht hätt du den gelähmten mein Sehen die sind deine Sünden vergift du sagten Säune von der Schrift gelähmte die sich selbst dachten worum rät dies man so dort ist gelast wer selbst aus Gott kann Sünden vergift Jesus wiss in seinem Geist seuer beult wort die Menschen wie sich im Hort dachten in seht an worum denke so über die Sache wort es leichter den gelähmten zu sein die sind die Sünden vergift oder zu sein stuh ab nimm den bar in gut aber dort wie weiten können dort die Menschen sehen hier habe ihr die kräft Sünden zu vergeben seht er den gelähmten ich sei die stuh ab nimm den bar in guten hüß he stuh ab nimm sin bar in gen grüht so dass sie am aller sein können sie wunderten sicht ola dure ewa in luft in gart in seden so wird os dead habe ich noch niemals gesehen so eine seltsame geschichte begeben hat wie wir kennen hier in diesem Aufschnitt örtliche sehr wichtige Punkte rüten ich wollte noch viel mehr rüten nehmen und was ich sagen wo von dir und ich will wenig von einigen Dingen reden wie wir uns einmal jesus christus selbst bekennen und ich habe nicht auch eigentlich gesagt von am mein ziel ist einmal dass jesus das zentrum blieven muss von die verkündigung von wo und he erst wird wann nicht wenn jesus christus wird dass he auf diese einde gekommen wird und er leisungs volk vorig gebracht und von der sin deiner eindruppen lad das evangelium zu verkündigen die menschen anzuladen und anzunehmen dann wird kein Grund in keine aus erkan dass hier versammelt wird dann kommt wie ein hübsch vor dann wird kein Grund haben aber jesus christus ist hier der mädel punkt das zentrum das sagt hier er in körpernome gekommen dass wir eine stehe wo er thuis wird und wenn er ist wo wir dann kommen die menschen ein grotes schorn nur an ein grotes schorn das sagt hier als die menschen dort an wahren dass ihr an hübsch gekommen wird dort nicht lang wird das hübsch rönt an besagt das hübsch ganz vorn nach hübsch rönt an besagt von menschen wir wollten nisch von wo viele menschen du warst sind und das leck waren viele euren gelohnt haben das waren die menschen sind viele meure wenn sie zeich dir werden so viele kunden nicht mal nennen kommen so wie dort besagt was wollen die menschen du wollt ihr den mischsten menschen er sie damals zu der tipp wann sie nur jesus kommen hübsch nicht ihre seligkeit du denk im ersten fall nicht an die seligkeit du denk nicht an ihre sünden du denk nicht an vergebung sondern sie kommen mit all ihre körperliche gebrechen der einer wird loben der einer wird blind der andere kann nicht reden noch der andere kann nicht hören der andere hat noch ein schlachter ding der eine hauptflächen weisen yes wird ihr so les wie von immer war dort menschen kommen nur arm mit ihre gebrechen hat jemol gehört von du hast nie ein besonderer trag mir ist der stellt sich um für menschen ihre probleme wo die menschen dem mess in ihre arbeit fliehen do dort traut du so faul die wollen alle gehalten sind von ihre körperliche gebrechen und aggläufe wie mir dem menschen er probleme dort wie hier dort seh jesus bloß dollar aus geum und und chicken wer ihren körperlich heulen kann und jesus ist dort alles wichtig dort dem mensch geäßlich geäult wird unsere geäßliche not ist viel gerater aus die körperliche an sie körperliche probleme die haben dann einen eng wenn die stoff dann haben die eng aber an sie geäßliche probleme wenn wir mit uns geäßliche leben nicht wollen im klaren kommen nur in dieser tid wenn der steht wenn der wach nur boven oben ist dann wird ans problem in die ganze ewigkeit wir wollen für alle ewigkeit von gott getran sind und dort es durch werden weil wir uns nicht mehr versäunt haben dass wir Erlösungswort nicht für uns persönlich im glauben ungenommen haben also den Menschen er verlangen wird sie wollen geholzt sein oder sie wollen muvara eten ja wenn wir muvara eten dass wir uns mehr aufhallen können du wegen jesus sagt hier dort erst wegen wort das sagt hier uns klar vers 5 sagt aus jesus ihren glauben sagt seht die gelähmten mein sehen die sind deine sünden für jesus hat die erkund gesagt du bist nicht körperlich geholt weite worum jesus dit word hier seht er diesen sotz hier seht mein sehn die sind die sind sind vergief wie weiten got wort hier von geraut ab reden geif aus die pharisee in die schrift geliefert dit hirn dort jesus sich übernimmt sein die sind die sind vergief sein anderen am fuzt du bist ein gottes last wein wer sass aus gottes sinnen vergief wie weiten das problem die menschen die erkannten dort nicht damals dort jesus gott wie in du wen seht sie heute last drin wenn sie am wurden aus gott ungekickt haben dann würden sie kein problem damit geholt haben weil sie die sinnen vergief aber nu seht sie du hast gott gelast dann sagt das hier wieder versnehen versnehen sagt es wird es leichte zu den gelähmten zu sein die sind die sind vergieft oder zu dem zu sein du abnimm den bade und gut aber he sagt hier ob er die weiten kann die Menschen sehen hier die kraft haben Sünden zu vergie geben hier muss Jesus erklären ich habe mehr Macht bis den Menschen von seinen körperlichen gebrechen zu geben aber als ich sehe ich nicht das Problem er weiß das Problem aber sie wollen geheult sein ich wollen gesund sein ich kann sagen ich ich kann ich kann ich hören dort wie er verlangt ob Jesus sagt er konnt ihn auch seine Sünden vergeben ob er mit er Sünden wird wir lesen nicht viel das ist schuld ob eine Bibel kann wir nicht viel von so Menschen lesen wo er mit er Sünden schuld nur Jesus kommt und an Vergebung werden sicher sind du Söhne wir können von Söhne lesen aber dort sind nicht wie das sind nicht ein doll Menschen die gemischten Menschen die wollen von einem Eten haben die wollen von einem geholzt sein körperlich körperlich und heute steht mal er ist nicht bloß ein Trach mir er ist nicht bloß einer wer bloß den körper gesund mir kann er kann wie deine Säule er kann wie dein jäßliche Leben auch bie er kann du wo kein Mensch haben kann du kann auch haben wie deine Schuld und ich habe Macht Sünden zu vergeben wir lesen hier die Menschen an wenn die Sünden vergeben kost ich will meine Sünden auch los sind und lesen wir hier aber Jesus Christus ist nicht bloß einer wer auf diese ihr kommen an die Menschen zu heulen von ihren Problemen von den körperlichen die Menschen ihre Sünden betonen dort die Menschen ein Rats Problem und er kann auch das sein er kann auch das sein die geratste Problem sind nicht die körperliche Gesundheit und an dem Umfang zu versagen dort ist nicht ein Problem weißt du wie mal ein Jungen eine Art Jungen der hat eine Krankheit eine anheilbare Krankheit eine gefährliche Krankheit sein wir dann mal und der 19. Tag kommt der Jungen der Mama und sagt der Mama ist meine Krankheit nicht gefährlich na warum ich habe nicht gekriegt nur Jesus Christus wenn wir in dem Moment wo wir Jesus aus unseren Herren in Heiland annehmen dann keine Krankheit mehr gefährlich keine du kannst wo immer du Probleme hast nicht mal gefährliche Krankheit sonst das jung sehen nur ist meine Krankheit nicht mal gefährlich weil es war nicht was sterben nie bedient für mich ever in Ewigkeit im Himmel das wo wir alle am Weich haben oder nicht ich weiß nicht ob wir alle haben und wenn wir uns bekämpft haben wenn wir das Leben dem Herrn über gebt haben dann sind wir am Weich im Himmel so die körperliche Probleme sind nicht das wichtigste Problem das wichtigste Problem ist ob du eine Schuld für Gott hast wo du nicht rei bist im Gebet im Glauben Jesus zu bringen und du in dein Leben am über hier dort ist dein Problem wenn du nicht wärst und du bist so wie du gekommen bist mit der Überzeugung du nicht in Ordnung mit Gott dann stehst du in eine sehr sehr schwierige Leben in eine sehr gefährliche Krankheit hast du da und die können die nicht bloß körperlich töten sondern die können die für all Ewigkeit in Hall bringen wenn du das wie beholt weißt wie sein hier meure dinge wie sein den gelähmten mensch hier das gelähmte mensch hat wie haut los hat können sich nicht haut ich weiß wie sind färten toll glückhaltig aber so ein menschen wird im Trübel sein und wenn ich sei im Trübel dann sind in irgendein Versklav in bin in irgendein Loster in irgendein gottlosig in irgendein gottlosigkeit neigerutscht wo sie gar nicht von rütt kann und wir reden über den aber wir wundern uns wo ist der mensch mal da nangerutscht wo kann der mensch nicht rütt wo so kann die die nicht mal tauch lütt und wir reden einer zu den anderen davon hab wir mal gedacht dass so ein mensch kann wir wollten ein mal nicht wo sehnsüchtig so ein mensch wo du gelähmt hast wo du sie nur halt sehen wird dort waren du mal kommen mir halten aber keiner halt mich in städt sie mir halten oh dann würden sie mir nach mit dem v dann würden sie mir nach ötchen dir dann würden sie über mich plüten gehen dann würden sie von mir schlechte Dinge im gerät bringen vielleicht noch dort über drüben und so wieder und ich wollte ihnen so sagen dort schäumen und glauben dort die wollen ein mensch halten mit dem reden ich will sagen verjett du von wenn du bloß reden bist ein Mensch und du wundern bist ein Mensch wo es tut mell ich so ein schade das Leben aus du fisch das gehen nicht die gläub wenn ihr dort ist nicht ein weich dem mensch halten das gelähmt wird gelähmt ein mensch wird gelähmt als hauptlos die kann sich nicht halten und viele menschen die kommen du wer nie mal du dort die jesus annehmen willst keine am haupt keine erbohren sich immer die lecken den mond wenn der reber gefallen wird wenn du von gerusalem sagst du geh ich und du sagst die fall du in die reber die schlug und im hoff teut leck in dem du leck du komm ein lefit du komm ein priest da na aber sie kick in den oh sagst sie gehen bis ran sie wollen den nicht haupt bat du ein samariter können und ich weiß was der jesus meint der samariter du mein hei seht meht hei erbohren sich über einen mensch der her jesus hei hoff mit leid mit alle menschen hei hei gebungen weit die wann den mensch sich anfangen in der zündliche leben nennen zu loben dort dann der satan den mensch bing ich sag immer die fangt von ogen an und fangt immer her und immer her und immer her weil der mensch rein ganz gebungen ist in der kon nicht ich habe all toff her zeugnissen gehört wann dort luther so geff der mensch da muss doch los kommen wann sollen ihr das zeugnis geben dann sagen sie wo sie gewollt hat wo sie sich nur eine Lösung gesehen hat ich will auch ich will auch immer trinken aber ich muss trinken wo ein Mensch ist gebungen die brückt halb die kann sich nicht allein halb die brückt eine Anwesung die brückt dort können sich erbohren über den heute ist in Sünden versklavt und unter dieser versklavung leben von dem so viele Menschen unter der versklavung vom Teufel der Teufel ist durch Menschen und Dinge versklavt auch und sie können sich durch halten und so eine Menschen ist dort so ich sehe die sind ab haut un gewesen wenn die die waren leiden lüten weißt ihr was passieren wird dort kon säuerlich sein morgen sind ihr angekommen die kennen sich nicht haut hier atmet die wundern hier atmet die reden hier atmet die ütchen die hier atmet die bestrofen dort haut nisch dort sind alles anwendungen wo eine scheine frucht bringen wollen ein mensch hat anders gehauen weißt ihr wie seien hier noch meia aus diesem gelähmten mensch wie seien hier feier man wer seien diese feier man weißt diese seien diese feier man dort sind so die menschen die er ho dort schläft von unseren menschen die sind oben von unseren menschen die haben ein erbohr über unseren menschen nicht bis über schmock über scheine sondern auch gerade so eine gebungene gefesselte so eine gelähmte so eine hoff durch geschläuene aber so die menschen wer will mal sagen diese feier menschen wurden sich dort nicht über nun sie wurden zu denen gelähmt und gesagt no wir warten ob eine andere gelähmt hat sie probten einmal na du sind von der so viele menschen du kann never durchkommen durch die ganze schicht menschen wer wird im tre dre weißt diese feier menschen diese feier manner der hoff dass ich und sehe dort schlug von anderen diese feier manner dort sind menschen wo sie sind in groter seien in der am gebung oder im darb oder in der gemeinde im vierten fehlt uns sehr neudig in der kirk im darb in der kolonie und sind die menschen und weit geworden ich habe den indruck dass ich fehl sind die sind knap oder sind knap weil der hoff schläft nicht für andere der hoff schläft bloß für sich für mich ich sehe Druck ich habe so viel Arbeit ich habe mehr Geld verdienen ich kann das nicht verlangen für mich kann ich nicht verlaufen nur die haben keine Tät also diese menschen die sind im See das sind so die menschen die beugen ihre Haut an wo kann ich hau wo käve bifo wo käve mit diesem menschen angehen tot dem die schmerzen nicht bis nach Feuer um fanden wo man hat wie mit dem angehen und so sagen warum ihre feuer das meint ab die die ab bräder gelegt mit stark gelegt dann habe den ab gelegt und den so gedreht ab alle feuer ich kann mich nicht verstellen man muss treu sein wo die funktion hat wo die gewünscht haben und bei Feuer dort ist eine feine passende mutter und sagt jeder arg einer dann kann das funktion werden weil die das sind menschen diese feuer die sollen die nicht von den lieben von der lieben die sollen die nicht und die proben zu verbinden die proben wo immer das geht bieten vor das werden Menschen glauben haben der hat den glauben wenn das sagt hier aus Jesus vers 5 sagt aus Jesus ehren glauben sagt wenn die Menschen glauben haben dann darf den nicht mit dem ersten Versuch ab wie Menschen sagen so wir probieren dann probieren wir dann funktioniert das nicht das ist der Tag das wird so die nicht füllen ab die gehen noch fair und wenn sie sahen wir sind nur ein schich Menschen gekommen hier war das was war wer von uns kam und Daten ab ab zu haben wie würden sein wir sind so schau das was ist ein für Menschen werfen eine nächste Gelegenheit wachten wir wollten nicht aus der Geheimnis wo die nächste Gelegenheit gejeft haben nur sie sagen werfen mal ab Daten ab und dann stehen sie mit diesem Menschen ab Daten ab ich kann mich zu vorstellen das ist nicht was gering gewesen ein Mensch hat eine Bedrohung ab Daten ab kriegen das ist nicht einfach aber diese Männer deuten dort und die kriegen das haben und dann haben die sich bestimmt aus gefahren wo Jesus in das Haus ist und dann kriegt du ein Loch mehr an den Tag nachdem du so rauf flogst wer ist der Egend der von das Haus gewaß wer wird die Bibel sagt wer wird Bibel aus Leia gehen du von aus dort Simon Petrus seine Schwimm haben ich weiß das ich will das nicht bestätigen und bei einer weh kennt mal diesen Egend immer von der Tag von der Haus was würden du sagen wenn wir haben die jahrelse in den Hose hier wo die bollert alle an den den bockten den Tag an und rieken die die Blut nach weit rauf da wird wie sein was mir hat alles kaputt wie kann uns verstehen die Person von dem Haus der Egend von dem Haus wird Hauptsache es Menschen gehen Jesus zu bringen dann es egal ob ich Geld kostet es egal ob mein Pack-up schwimm wird es aus mein Haus oder dass du nach den Schoden passieren wird Hauptsache es hier geht ein Mensch zu haben dort sind auch Menschen die von anderen Menschen sind die an der Ratung von anderen Menschen geht die Egendämer von der Hüste aber ich habe mich gewundert wo in der warst es da hat Schulden gegeben da konnte sein Zweig und wir wollten das nicht aber diese Person die ging rauf zu Jesus und wollte hier noch einen Punkt erwähnen in diesem Aufschnitt dort geht ich schon in dem Punkt erwähnen über der ist du auch und ich will auch von reden dort ist die Mensch schicht wo wir den weich nur Jesus blockieren wollen von so und red die Bibel hier die Bibel sagt die kombat du aber du werden so viele Menschen sie können du nicht darf wie würden sein vernünftig vernünftig würde es gewesen wenn du Feuermenschen so eine Anstrengung gemerkt hat und alle andere die stunden vielleicht bis ihre Beine sind gesund weil so merke hier nicht mal ein Rühm merke mal und bitte Rühm dass diese Männer den kranken nennen und nur Jesus so denkt wie vielleicht aber wo so war dort nicht we wie so ein von der krank so dort Menschen mehr mal in Städ dort sie sehen sind in Städ dort sie halten Menschen nur Jesus zu bringen mit Jesus bekommen zu merken dann steh du im Stich dann steh du im Stich wir fangen in Matthäus Kapitel 23 ich wollte mal in Vers lesen Matthäus Kapitel 23 Vers 3 du sagst es ist das schraff geliehen in Pharisäer die Heichler die schluten dort Himmel rekt vor den Menschen die kommen du nicht nähren in Loh und dich nicht nähren die du nähren werden was schrecklich ein Mensch schlittert himmelrig Tau zu den Menschen die selbst kommen nicht nähren in danach bäuer die so Menschen wird nähren werden was wird über so Menschen noch mal für ein Urteil kommen und so hier werden so ich glaube von dem stunden noch viele Menschen Jesus im Stich Menschen im Stich aber wie sollen uns ab zwei Menschen im Stich sind ich weiter fern dort doelste im Stich sind meier mal tschinger Gottes wo eine lau Leben führen ich will dich mal fragen hast du mal gehört du bist in der Stadt irgendwo ab eine sauer drücke gos gegangen wo es so hand frei mit Menschen ist eine sauer drücke fahle gos und du bist busig weißt du wohnen Menschen der tollste im Stich tun dort sind nicht die wohnen je in die kommen dort sind die wohnen du fahr die die selbe Richtung gehen aber ganz langsam ganz langsam dort sind die wohnen der tollste im Stich tun und wenn du ein gottloser Mensch in Sinn lebt in der alles was ihm danken hat so ein Mensch ist dort als so eine wo Jesus kommen werden und im Stich wo die wohnen du im Stich sind dort sind teuer wohnen du sein als sie ein Kind Gottes führen ein doppelt Leben wenn ich so ich um sind nach sie dann ein feiner Mensch sogar die älteren die Kinder die geraten dahinter dass die Kinder nicht nur Jesus kommen oder vielleicht so eine bekannte Familie und hier sie bekannt sich als Kinder Gottes aber dies postet nicht ab einer Art wurden die Kinder glauben dass meine Papa oder meine Mama in Christ ist nicht ab einer Art ich froh lange drei habe ich ein Junge in der Seel sage ich mit dem wo ich immer würde Freuen als ihre Eltern bekeert sind wo man hand soll oder wo man verrat geben kann und froh ich den Junge als Papa ob er im glauben wird dann sie die geif sich uit als Christ die gehe zu Gott die k wo ich dann wird er in Mitglied ob er tust wenn er einmal ein kleiner Fehler gemerkt hat dann ist der Misery so sehr ein Junge ist nicht in dieser Kirche aber dort ist ein Junge zu sehen dann er meine Papa er kann nicht glauben dass ein Christ ist aber dann sollen Kinder vor ich kommen wo ist das Kinder können nicht klarkommen ich will nicht noch mal sein älter oder auch die die aus Kinder Gottes bekannt sind vielleicht sind dort Jugendliche wenn sie in der Jugend aus Kinder Gottes bekannt dann sind die ganze strieb die sind noch nicht im Glauben aber die beobachten und betrachten dein Leben Tag für Dach der war ein Krack wo du denkst der war ein Krack wo du handelst der nicht verlie die weiten an dein Leben ab und dann wundern wir uns oh wieso kommt die Jugend nicht mehr zum Glauben der älter Schicht der wurde bekannt im Glauben zu sein der sind nicht ab eine Art das Verbild und dann wir die andere wurde noch kommen und die sind dann bekehr ich wollte einfach freuen freuen du die diese freuen dass du einer wohnert die Menschen wörtlich vom Horten mithalten der sind um herren feind oder best du einer wohnert du rein bloß im stich steh in hinder steh jan jas wohnert du haben welt so ist jesus die schrift geliefert den pharisäer seht wo he günd die pharisäer die he schluten dort himmel rekt tau fahre die menschen die selts kommen nicht nennen und verhindern die jahre statt wenn du nennen will weil ich lasse mal eine geschichte von einem jungen der wird in kirk gegangen und und predigt gehört wo er einfach sich ganz aus einem sünder zu sein gekriegen hat und er will sich bekehren er will sein er durch geschlagen er will sich bekehren wobei er hat noch nicht getan und in so einen tauschstund ging mit seinem papen in hü von kirk und der papen die geht mit einem anderen man taub die streit in der jungen geht bis sie und dann hielt der jungen dort seine papen zu den anderen man schlag über den predigen red der predigen wo er den jungen dort verschlägen hat dort er auf den thron wird und er sich bekehren soll über dem predigen red der papen schlag beim hü hü der kirk und wie wird das jungen seltsach dort häusig verschlägt weil dort alles essen kennt mal man ist das so die älteren die kommen so gut in die gebets gemeinschaft sie beten Gott erbohren die eben an se king rar an se 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 rar an se dach drin ober tüs haben die dach drin in se se fräun in ihr leben ab mame und papen ihre happy kids und die stufi an se king a platz im stich so wie os äldren mol alles te sidrim so wie mol all de dinge wo vi an se king der te tits sind so schlag de pferbel gewass so wie dort mol a priem dort mol einfach an vergebung be die elven die king am vergebung fräun en se mal ab hier mab wundren dat ihre king nich mot gläub fengen do wat je ferten do wie de menschen op me tot den waag blockieren no jesus tot wie den waag veel schwander verstauen wat je von der wak hat den andru am manch eine kolonien do wat de menschen dat so geliet du maats am schmack sen wo is do flèche nach mull no himmel kum dan do wie die menschen ook eindlich den waag blockierende jesus do kum du waag chai mol mensch der schmack sa no himmel kum so schmack tja wie nich war wotje wo wie no himmel kum wotren dat is dan won wie jesus im glauben for uns persönlich an ne en dan is won hoi in onse m leven nang kum is dan sa wie im storn ever hebs schmack to sen on schoff vi dat gorn ek wie is am os kling wir ek kum so en and ruk oh no himmel kum wot wotden no mo bus to wot am schmack gewas wot en ek wist dat ek se n ges gescheid gewas en ek wul amma wara gescheid worden ek wul dan gescheid sen en ek kum dat kum mo dan nam ik mir het nog so fos ver van nu an wel egen gescheid an mens dan hore ik dat maas voet vergeten dat die ene moe een paar del dat andere moe een paar weeg dan hore ik vergeten en leefde ik wara dat alle leven wien dan bescheid ware wat gresel djut nan mit mir pare zo zoi fiel nu weet gescheid zijn dan vergeten het beul wara wat ek ek zei mal zo wat ek Jezus in mijn leven nan dan maar dan voelde ek nu had zich mijn leven veranderd nu har hy mijn leven nie gemerd nu har een andere gesche kregen als wat een wat zo weet ho nu werd de helde jes in mijn leven nan geko en wanne de helde jes ons leven regieren en on leiden wordt dan moet dan wo wie morgen nu schof wie dat gescheide menschen te zijn nu kevij gehorsam zijn nu mat ek niet am wara in dat en dat dink nan go nu mat ek am wara dat in deus dink in wat blockeren nu jesus in dem dat we keunie interessen voor dat reek gottes wiesen keunie interessen we wouden vleech niet een grote dingen doen wo ze ons nu wiesen kunnen dat we vleech sündigen doden over we han goe interessen dat gesche leven dat reek gottes dat is ne dat ne ne sache wat je wo raam wel wie een mens motiveren dat heen dat gesche reek ne komen wordt wanne ik geen interessen do vies wanne dat gesche leven dat gesche reek niet een herzens sache bij mi is wo kon ek we motiveren dat haupt nis de mens wat sowieso niet horen over ek wanne ik brennende wanne ik brenn voor de reek gottes dan kon ek een mens dain hey was niet ook met dat leven is zo schoen dat is zo schoen in gemeinde dat leven is zo schoen bij her ek ek kan een hoop ne wanne ik nu dat leven is waar we zijn van hier dan kan ik hem ne hoop jesus zijn meelig stel gond zur verfügung stel dat 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 hier kan en dat hier kan een gemeinde ontstaan wanne do brennende wanne veel menschen wanne gehouden worden en wo hier so een man ben wie wat we hier lesen wanne du een horde verloren had wanne er horde schlond dat voor so wat hauptlos en hoopnungslos en geleemt zijn en zich seles niet haupten kan wat je wat pas hier dat die licht in dyn dachen lood dan daar die reine stweebeln dat deze gemeinde hier wat een blende gemeinde zijn wo jesels waren can jesel abgebied en wozen en ook nog veel moja wanne nog niet jesus kan doen os herren en helo die kan ook nog to den wahren geloven komen en dat ze voor alle Ewigheid kan im Himmel zijn wanneer nog eenmaal dat we wel ons best in te of neem en te verzei en niet leven te je we danken die versnende geschichte wat we hier geles hebben wo du een mensch gehaald hast wat du geleemd wier wat du in een hoopnungslosen to stond wier wo hij niet zich halen kunnen en waar we hier zijn dat menschen te so een grote serie kende zijn om andere menschen te hou en bieten stond en die te brengen her ik bete ook dat du wier hier weer we in deze versnommel ook wier afsluiten doen van die ho moest u met dienem gees met dien segnen en leiden en de waar het zodat zij wouden kunnen voor wier ook een geseegende titan wo wier woon tussen en verherrlicht worden in die noem her Jesus berecht God Amen